Pinch Bubenzer fokussiert auf hochbelastbare Qualitätsbremssysteme für stationäre und mobile Anwendungen, bei denen große Antriebe absolut sicher, präzise sowie langfristig wirtschaftlich zu beherrschen und zu kontrollieren sind. In den Branchen Hafenschiffbau und Offshore-Technik, Windkraftnutzung, Stahlindustrie und Bergbau zählt Pinch Bubenzer heute international zu den technologisch führenden Systemanbietern. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung liegt seit Jahren über dem Branchendurchschnitt. Viele patentierte Produktdetails sprechen für sich. Ausbau und Stärkung unseres weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerkes sowie Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter bilden auch in Zukunft wichtige Investitionsschwerpunkte. Unser Unternehmen steht für präzise Fertigung und Montage. Neueste ergonomische sowie betriebslogistische Erkenntnisse garantieren technisch modernste Arbeitsabläufe. Die durchdachte Konstruktion aller Systemkomponenten und die konstant hohen Qualitätsmaßstäbe in Fertigung, Montage und bei der Endabnahme sichern einen reibungslosen, sicheren Betrieb, minimalen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer. Dialog klärt auf, schafft Vertrauen und überwindet Grenzen. Aufmerksames Zuhören und kundenorientiertes Handeln – auch das sind Gründe, warum Hersteller in der ganzen Welt auf unsere Bremsen vertrauen. Qualitätssicherung ist für uns selbstverständlich. Damit Bremsen von Pinch Bubenzer in jeder Situation perfekt arbeiten, bieten wir unseren Kunden zahlreiche Dienstleistungen wie Wartung, Inspektion und das Ausrichten von Antriebssträngen vor Ort. Mit seinen zwei Produktionsstätten in Deutschland, Tochtergesellschaften in den USA, Malaysia und China, Dubai und Singapur sowie global etablierten Partnern erzielt Pinch Bubenzer einen überproportional hohen Exportanteil. Qualität setzt sich durch – weltweit.